Servus bei Bayern Absolut, ich bin der Mane, liebe Zuhörer, der Franz von Potschi. Das war der Kasperlgraf, aber dass der alles andere als wie ein Kasperl war, das sehen wir in dieser Folge. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit dem Sigi und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anhören. Servus, grüßte Sigi, habe ich die Ehre. Hey, grüßte Mane. Hast du dir zu dem Du schon mal was vom Kasperlgrafen gehört? Vom Kasperlgraf habe ich noch nie was gehört, aber vom Potschi habe ich schon was gehört und gelesen. Echt, jetzt gelesen auch schon? Jetzt mal, wenn ich mit der U-Bahn an der Potschi-Straße vorbeigefahren bin. Das stimmt, also der Münchner, der kennt an Potschi-Straße- und U-Bahn-Haltestelle, gell? Ja, da bin ich. Was ist das? U-3, U-6. Oder U-3 ist das. Ist das U-3? Das ist U-3, ich glaube. Ist ja auch wurscht. Ja, und die, die einen Ausweis oder sonstige Sachen brauchen in Minger, die fahren zum Kreisverwaltungsreferat. Und hinterher können sie aufs Frühlingsfest gleich abbiegen, weil der Bavaria-Ring ist nicht weit und Theresienwiese auch nicht. Genau, und wer zum KVR geht, weil er heiratet oder einen Ausweis oder sonstiges braucht, der steigt auch in der Potschi-Straße aus. So schaut es aus. Daher kennt man Potschi, aber meinst denn du, dass viele Leute wissen, wer das ist, was der gemacht hat? Ich glaube, dass keiner weiß. Nicht, wenig, gell? Das ist einfach so, einer, der wo nichts Schlechtes gemacht hat, den weiß man nicht. Der hat keinen Umbruch, der hat keine Kriege geführt. Jetzt kennt man ihn nicht, gell? Ja, darum heißt er Kasperl Graf. Kasperl Graf, ganz im Gegenteil. Liebe Zuhörer, der Franz von Potschi, der war seinerzeit einer der höchsten Beamten in Bayern und gleichzeitig hat er ganz viele schöne Sachen gemacht. Er ist bekannt für die Kasperl-Geschichten, die er geschrieben hat und er hat viel gezeichnet. Er war sehr, sehr kreativ. Der hat quasi zwei verschiedene Leben gehabt. Und die zwei Leben schauen wir uns so ein bisschen an. Ja, aber Musiker war er auch. Ja, Musiker, aber da war er nicht ganz erfolgreich, gell? Ja gut, der war ja immerhin am Hof, war ja ein Hofmusik-Intendant. Ja genau, das war er auch. Genau. Jetzt pass auf, jetzt fangen wir mal an, überhaupt wo der herkommt. Potschi, da würdest du jetzt denken, ja, das ist ein Italiener, oder? Der Vater war Italiener. Aha, der Vater. Der Vater war Italiener und über den Potschi bin ich gestoßen zum ersten Mal. Ja, ich war schon an der Potschi-Straße, oder? Ja, an der Potschi-Straße, aber wo ich darüber gelesen habe, ah, da kommt das her. Und zwar, der Vater war ja am Hof schon tätig, also der Vater war ja am Hof schon tätig bei der Königin Karoline. Ja. Von Max dem Ersten, Josef. Ja. Und da war er schon recht. Da war er Obersthofmeister. Obersthofmeister, also der hat schon viel mitgeredet. Königin Karoline. Genau, ich habe gemeint, der war irgendwie Erzieher oder irgendwas gewesen, aber das war, glaube ich, scheinbar anderer. Aber, ja, aber auf jeden Fall, der Name ist halt schon mal Programm. Der ist Programm und der hat sicherlich auch auf die Königskinder eingewirkt, natürlich. Er war, jetzt noch einmal von vorn, genau, du sagst ja, der Vater war Italiener ursprünglich. Der ist an den Hof gekommen, an den bayerischen Hof. Da haben wir es noch unter dem Kurfürst Karl Theodor. Das war der vorletzte Kurfürst, bevor wir einen König gekriegt haben. Also König sind wir, Königreich ist Bayern oder war Bayern seit 1806. Und 1807 ist der Potschi geboren. Am 7. März in München. Und er ist ja nach 69 Jahren in München gestorben. Genau, 1876. 1876, genau. Genau. Er war jetzt nicht groß bekannt, so wie André, er war ja auch Künstler, er war Staatsmann und Künstler. Er war jetzt nicht bekannt, dass er große Reisen gemacht hat. Ja, nein, auf jeden Fall hat er am Hof ja auch die Finger über dem Geldtopf gehabt. Genau. Also Finanzminister könnte man sagen, oder? Genau, war er dann später, würde ich das schon auch sagen. Also er hat ja dann, als junger Bursch ist er aufgewachsen, sein Vater war ja auch schon am Hof, am bayerischen Hof. Er ist ein Graf, also das heißt ein sehr hoher Adelstitel. Ich weiß gar nicht, ob das nicht nach dem bayerischen Dom ist, war es Kurfürst, dann war es König. Ich glaube, war schon die oberste Riege dann anschließend danach, oder? Ja, Herzöge, was ist das? Ja, Herzog hat es dann nicht gegeben zu der Zeit, wo er war, meine ich, dass es da keinen Herzog gegeben hat. Aber der Max I. Josef war ja ein Herzog vorher. Ja, genau, vorher, aber dann ist er König geworden. Und da glaube ich, hat es dann keinen Herzog nicht mehr gegeben, weil es dann einen König gegeben hat, oder? Also der war unbesetzt dann. Der Herzog war ja Herzog von Bayern. Genau. Aber dann, wenn wir Königswürde gekriegt haben, dann war er König. Achso, ich glaube, da müssen wir nochmal nachlesen. Vielleicht, dass wir wieder, nicht, dass wir wieder geschimpft kriegen für schlechte Recherche. Ja, genau. In jedem Fall war er ein hoher Adliger. Und deswegen ist er nach Landshut gegangen zum Studieren. Gut, man muss sagen, warum nicht Minger? Ja, weil damals die Uni in Landshut war. Er hat Rechtswissenschaften studiert. Und mit 23 Jahren ist er dann an den Hof gekommen. Genau. Und dann war er als Erstes? Zeremonienmeister beim Ludwig I. Ludwig I., Zeremonienmeister. Was tut man da so? Gerade, wenn Sie fragen, keine Ahnung. Man findet einen Kasperl und macht einen Marionettentheater. Ja, aber das hat er ja privat gemacht, sozusagen. Nein, für einen König Zeremonienmeister, der hat sich halt um die Feierlichkeiten und die Etikette gekümmert. Wenn eine Hochzeit war, wenn ein Empfang war, wenn irgendeine solche Sachen waren, dann hat sich er da drum gekümmert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das so eine Einstiegsposition ist. In jedem Fall, die hat er mit 23 gehabt und dann ist er immer mehr geworden. Dann wird das geheißen, wo er dann quasi die ganze musische Sachen, die Aufführung und das auch alles unter sich kam. Intendant. Ja, heute darf man Intendant sagen. Und ganz später ist er dann noch, wie du sagst, dann ist er Oberkämmerer geworden. Und das ist ja, glaube ich, darf man heutzutage Finanzminister sagen, oder? Eigentlich schon. Wobei das eigentlich ganz lustig ist, weil der hat ja Karikaturen gemalt. Und jetzt als so hoher Adelsmann ist ja auch komisch, oder? Das ist schon sehr ironisch, das Ganze. Ja, der war ja Chef von Teilen der Bürokratie, natürlich. Und hat sich lustig gemacht über genau dieselbe. Das ist der Wahnsinn. Ich habe mir die Sachen angeschaut, was der macht. Der hat so lustige Sachen gemacht und der hat die Beamten wirklich schön karikiert. Der hat die unterblickt. Heute würdest du vielleicht sagen, der hat die unterblickt. Und weißt du, was man merkt? Du kannst das gar nicht so unterblickt, weil er gewusst hat, wie es abläuft. Und hat dann quasi aus dem vollen schöpfen können und hat die eigenen Beamten da gelegt. Das ist ja auch nicht. Das ist doch gut, wenn man über sich selber lachen kann. Ja, ja. Der war halt sehr nah dran an dem Geschehen. Also das war ja auch nicht. Der hat ja aufpassen müssen, dass er ja dem einen oder anderen nicht auf die Zähne steigt. Ja, ja. Also das war schon eine Gratwanderung. Und natürlich hat er es trotzdem da, aber auf eine schöne und humorvolle Art und Weise. Da hat es dann so eine Wochenzeitschrift gegeben. Ich glaube, dass es eine Wochenzeitschrift war. Auf alle Fälle hat er dann da Karikaturen gemacht. Und die Karikatur hat er genannt. Also das war so eine Comic-Folge, so quasi. Jetzt muss ich das nochmal, jetzt muss ich schauen, ob ich das Wort gescheit daherbringe. Der Staat Hämorrhoidiarius. Ja, das hat was mit Staat und mit Hämorrhoiden zu tun. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, so wird es ja geschrieben. Aha. Weil das war irgendwie der typische Staatsbeamte. So hat er den da beschrieben. Also das war so, du kommst mir gezeichnet. Und dann aber auch Text dazu. Und ein bisschen so, ja so Sprechblasen hat es noch nicht gegeben. Die hat er dann daneben hingeschrieben. Und der war immer, er war eigentlich immer krank. Er hat immer einen Haufen Akten vor sich gehabt. Und hat genau das beschrieben, wie halt so ein Beamter. So auf gut Deutsch, ja. Wie man sich vorstellt. Der tut ja eigentlich nicht viel. Also der wacht und tut und irgendwie. Und jetzt pass auf, jetzt habe ich ein Zitat von dem Staats. Helf mir nochmal bitte. Kannst du das Wort sagen? Warte mal. Staatshämorrhoidiarius. Staatshämorrhoidarium. Staatshämorrhoidarium. Ja, aber Hämorrhoidarius war ja der Diener dann. So hat das geheißen, oder? Das ganze Gebilde hat Staatshämorrhoidarium geheißen, der Comic. Überlegt euch mal das. Also Hämorrhoid. Das ist jetzt nicht das, was man sich wünscht. Die karikiert da alles irgendwie Hämorrhoid. Staatshämorrhoid. Eigentlich super, gell. Jetzt lese ich dir einmal einen Ausschnitt vor, was er da so dazu getextet hat in dieser Reihe, da hat er getextet, jetzt pass auf. Ich zitiere, gell. Um neun Uhr, da ziehen sie einmal auf. Um halb zwölf gehen sie zum Schöppeln. Das Wort erkläre ich gleich. Um eins gehen sie zum Essen. Nachher zum Kaffee. Nach ein paar Stündlein aufs Büro. Den Einlauf durchsehen. Wie ich es immer reden höre. Nachher zum Nachtessen ins Haus. Da werden die Buben gebeutelt. Wer einen hat. Um acht Uhr in die Herrengesellschaft bis elf Uhr. Das ist der Lebens- oder Tageslauf eines Staatsdieners. Und wenn er es einige Jahre so durchgemacht hat, dann bekommt er einen Verdienstort. Überleg dir das einmal. Kurz und knapp genau erklärt. Karriere als Beamter. Aber was ist, wer die Nummer war? Weil er ja selber da drin war in dem Apparat. Und trotzdem beschreibt er das so. Dann hat er gut über sich lachen können. Ja, und das eine Wort, also bis auf Schöppeln habe ich alles gewusst eigentlich. Ja, ein bisschen. Ja, so habe ich es auch verstanden. Schöppeln kommt tatsächlich, ich habe es mir auch gedacht, da habe ich noch einmal nachgeschaut, einen Schoppen trinken. Und zwar hast du auf die Uhrzeit aufgepasst. Ich lese nochmal vor, der erste Satz. Um neun Uhr, da ziehen sie einmal auf, um halb zwölf Uhr geht es zum Schöppeln. Wann? Um halb zwölf. Also vor dem Mittagessen. Das habe ich mich auch gewundert. Ja, weißt du was? Aber vielleicht war das damals. Halb zwölf. Nein, Mittagessen kommt ja danach noch, um eins zu gehen zu essen. Aber um halb zwölf, ich werde ein Schoppen getrunken. Nach dem Saufen. Ja, nein, die müssen auch überleben. Aber so ist es scharf. Ernährung. Und am Nachmittag so ein bisschen schauen, was Post reinkommt. Und dann irgendwann heim, daheim essen, ein bisschen Randalle machen und dann wieder fort zur Herrengesellschaft ins Würzhaus. Klingt nach einem entspannten Leben eigentlich, gell? Ja, super, super. Und das ziehst du ein paar Jahre durch, dann kriegst du einen Verdienstort. Also Wahnsinn, ob das heute wohl auch noch so ist. Das probieren wir, du, das probieren wir aus. Ja. Dann gehen wir um halb zwölf Uhr zum Schöppeln. Ja. Und dann kriegen wir einen Verdienstort. Nur das Einzige. Und nebenbei machen wir ein bisschen Podcast. Ja. Nur das Einzige ist, dass wir die Staatslaufbahn, glaube ich, schon übersehen haben. Da sind wir schon vorbei. Das müssen wir in einem anderen Leben machen. Ja, dann gehen wir Weißwurst frühstücken und lassen uns gleich in Ordnung geben. Sigi, ich bin bei dir. Wenn das so geht, dann bleib ich auch dabei, auf alle Fälle. Aber er selber, das muss man auch sagen, er beschreibt das immer so lustig. Und da war ja sicherlich auch was dabei oder viel Wahrheit dabei. Aber was man auch weiß, er hat ein bisschen, kann man sagen, gelitten unter dieser zweiteiligen Tätigkeit. Weil auf der einen Seite war ja der Staatsbeamte und da, ja, dürfte schon auch lustig sein. Aber du musst schon eher einen Kopf dabei haben. Gratlinig. Gratlinig und so. Und nur dazu, wenn du dann zum Schluss zu den Finanzen kommst. Und das war ja eigentlich irgendwie so ein bisschen eine Last. Das glaube ich sofort. Glaubst du sofort. Ja, weil ich würde auch lieber den ganzen Tag Podcasten, als den ganzen Tag Finanzen beim Kini regulieren. Ja. Ja, ja. Und trotzdem unglaublich, wie viel das der gemacht hat. Der hat über, was hat denn der alles da? Hast du was gelesen? Ja, also gefördert hat er auf jeden Fall einmal diesen, wie hat er geheißen, Johann Leonard Schmidt. Genau, genannt. An Papa Schmidt. An Papa Schmidt. Da habe ich mir nicht gelesen, warum der Papa Schmidt heißt. Der, ja, den haben sie so genannt. Das war ja der mit dem Marionettentheater. Ja, genau. Der wollte in Minger, wollte er ein Marionettentheater aufziehen. Und wir sind jetzt in der Königszeit, gell, wohlgemerkt. Und selbst damals war das schon so schlimm mit der Genehmigung. Ja, genau. Dann hat er die Genehmigung nicht so gekriegt, der Schmied. Und dann hat er sich an den Franz von Potschi gewandt, ich meine, Beamter ganz hoch ommert. Und der hat ihm geholfen, dass er die Genehmigung kriegt. Und hat ihm empfohlen, ein Theater für Kinder und Erwachsene zu beantragen. Also ein Marionettentheater. Genau, aber dann hat das quasi einen pädagogischen Hintergrund. Genau. Und dann hat er, der Potschi, hat er dann einen Haufen Kasperlstücke geschrieben für das Marionettentheater. Ja, genau. Hat sich da eingebracht. 40 Stück muss er geschrieben haben. Nur für den Kasperl? Nur für den Kasperl, genau. Weil der hat er mehr auch noch gemacht. Der hat er viel, viel mehr da gemacht. Das musst du dir mal vorstellen. Der Finanzminister schreibt ein Kasperlprogramm. Super, gell. Andererseits ist er ja direkt an der Quelle. Da kriegst du auf jeden Fall Ideen. Nein, weil Ideen hat er gehabt aus Theaterstückel und alten Volksweisen und Märchen. Da hat er die Themen hergenommen für seine Stückel. Und damals war es so, auf das glaube ich, hast du es so ein bisschen angespielt. Der Kasperl war zu der damaligen Zeit, der war ein bisschen ruppiger, ein bisschen grobschlechtiger. Und was er versucht hat, der Potschi zusammen mit dem Schmid, einen Kasperl zu machen, der wo nicht so ganz so hart ist, sondern mehr lustig ist, auch für die Kinder, unseren pädagogischen Ansatz, dass die Kinder auch was lernen nach dem Stückel. Und das war was Neues. Ja, das stimmt. Und genannt hat er ihn? Ein Kasperl. Ein Kasperl? Ein Kasperl Larifari. Ah, der Larifari war es. Der Kasperl Larifari. Ja, genau. Das war aber nicht der allererste Kasperl, weil im Norddeutschen gibt es ihn auch als Hans Wurscht. Genau. Und der Hans Wurscht, genau, das war Vorgänger auch, sagen Sie ja. Und der Hans Wurscht, der war gröber, gell? Ja. Und dann gibt es, in England gibt es auch nochmal einen, der heißt Mr. Punch. Und da ist, glaube ich, der Name Programm, ich weiß auch nicht. Ja, dieses Hauen, gell? Ist das wegen einem Krokodil? Ist das so entstanden? Weil der Kasperl haut ja einmal das Krokodil. Ich weiß nicht. Oder haut einen Polizisten? Der haut ja alles. Der haut ja alles. Und das tut er auch noch, also beim neuen Kasperl, beim Larifari, tut er auch noch Hauen, aber halt nicht mehr so brutal. Also so irgendwie eingängiger. Also ich kann mich erinnern, das Krokodil ist allweil verdroschen worden. Ja. Schon, oder? Mei. Krokodil kommt da ganz, ich weiß nicht, ob das Albe vorkommt, aber es kommt da ganz oft vor. Ja. Bei der Brotzeit in Österreich übrigens auch, gell? Ein Krokodil. Weißt du, was das ist? Nein. Eine saure Gurken. Echt jetzt? Ja. Ein Krokodil? Ein Krokodil ist eine saure Gurken. Ist eine saure Gurken? Mhm. Das schaut ja auch genauso aus. Also mit viel Fantasie. Ja, aber ist auch so ein bisschen Pocken und so. Brauchst du gar nicht so viel Fantasie eigentlich, gell? Nein. Aha. Aber die Gurken sind ja nicht so bäß. Nein. Aber schlank was ist trotzdem. Haust du auf deine Gurken drauf zur Brotzeit? Nein, eigentlich nicht. Nein. Das ist meistens gleich weg, gell? Du, liebe Zuhörer, gleich einmal eine Ankündigung. Das macht man jetzt noch nicht gleich. Wenn nicht, dass einer sagt, der müsste zu viel und dann will er abschalten, wir dürfen mir noch ein Stück aus dem Kassspal vorlesen nachher, gell? Aber bloß ein kleines Stück vom Stügel. Und zwar zusammen. Da werden wir uns die Rollen teilen. Der Sigi macht den Professor und ich mache einen Kassspal, haben wir gesagt. Da lest man nachher so gute fünf Minuten sowas, lest man dann noch vor. Jetzt aber zunächst einmal, was er sonst noch alles gemacht hat. Der hat über, du hast es gesagt, ein Musiker war er, gell? Ein Musiker? Über 600 Musikstücke muss der geschrieben haben. Über 600 Stück. Was man vielleicht kennt, ist, wenn ich ein Vöglein wäre. Wenn ich ein Vöglein wäre. Hat er die Melodie geschrieben oder einen Text oder beides? Ah, da habe ich nicht nachgeschaut, weil ich so begeistert war überhaupt von dem, was der gemacht hat. Dafür, dass man eigentlich nicht kennt. Dass man wenig weiß darüber. Aber das ist ja Irrsinn, was der alles gemacht hat. Ja. Also da kannst du ja einlesen, da bist du ja ewig beschäftigt. Also wen es interessiert, die Leute sollen einmal ins Internet schauen? Ja, unbedingt. Also Irrsinn? Man findet auch sehr viel von ihm, ich meine, das ist schon so lange her. 1807 geboren, 1800 wie viel? 76 gestorben. Das heißt, alles, was der gemacht hat, da sind keine Rechte mehr drauf. Darum kriegt man das alles im Internet. Da gibt es teilweise Hörspiele, die man anhören kann. Da gibt es die Texte, die kannst du ja alle durchlesen. Super. Und was noch der Wahnsinn ist, Sigi, ich habe das auch nicht gewusst, so Stickel, die werden im Marionettentheater gespielt. Das, wo er geholfen hat, damals aufzubauen, das gibt es heute noch. In der Blumenstraße, in der Nähe vom Viktualienmarkt. Da kannst du hingehen. Da gibt es Stickel, die sind für Kinder und da gibt es sogar Stickel, die sind eher für Erwachsene. Schön. Also ich habe da so eine Lust, einmal hinzugehen, das Ganze. Und wenn man sich das alles einmal so durchliest, ich meine, der hat ja auch gelebt wie ein Adeliger. Der hat ja, glaube ich, irgendwo bei, wo Heidelberg oder was, oder Ingolstadt war, das hat der da so einen Sitz gehabt? Nein, am Starnberger See unten. Ah ja. Da hat sein Vater schon das Schloss überlassen gekriegt vom damaligen Kini und da ist er halt dann eintreten. Ich glaube, er hat eine Wohnung in Minger gehabt, aber dann unten am Starnberger See, wenn wir es genau wissen wollen, Münsing am Ostufer, da hat er das Schloss dann bewohnt. Münsing war es. 30 Jahre, glaube ich, oder was. Da gibt es ja übrigens eine Franz von Potschi Statue und zwar direkt, muss direkt vor der Grundschule sein. Franz von Potschi gibt es ja auch, einen Franz von Potschi Weg. Ah ja, macht das Sinn da, oder? Studiert, gell? Ja, genau. Franz von Potschi, das ist ein richtiger Schatz, den, den wir da ausgeräumt haben. Ja, den heben wir jetzt. Den heben wir. Weil da ist viel drin für zukünftige Folgen. Ich habe mir schon ein paar Sachen angehört und gelesen, das ist ja so schön, was der gemacht hat. Und noch dazu mit dem Hintergrund, dass der ein ernsthafter und großer Staatsmann war und gleichzeitig hat er so schöne, kreative Sachen gemacht. Was mich jetzt interessiert, hat der auch einen Orden gekriegt, weil er auch Beamter war. Oh mein, du, ich sage das, das habe ich direkt ausgelassen. Ich weiß es nicht mehr. Der ist behängt worden mit Orden. Ich kann dir nicht mehr sagen, aber der hat sicherlich Orden, die was gegeben hat, der hat er bestimmt gekriegt. Wahrscheinlich einen Fasching, einen Nahalau oder sowas, irgendwie sowas. Kasperlorden. Weiß ich nicht. Ja, oder einen bayerischen Verdienst, den gibt es ja noch nicht so lange. Nein, den, glaube ich, hat es damals noch nicht gegeben. Gibt es seit 54. Wir müssen unsere Folge über den bayerischen Verdienst da nochmal anhören. Müssen wir es nochmal nochmal anhören, gell? Ich glaube, wir alle miteinander müssen das tun. Ich weiß schon, wir geben oft so, dass man die alten Folgen nochmal anhören muss, dann nicht mehr weiß, was los ist. Was haben wir sonst noch Musik gerade gemacht? Und weißt du, was mir auch noch sogar gefallen hat? Die Zeichnungen. Der hat ja so viel gezeichnet. Der muss ja Tausende oder sogar Zehntausende von irgendwelchen Zeichnungen, Skizzen, sowas angefertigt haben. Und so schön auch. Das kann es sein. Ich meine, als Beamter hast du ja scheinbar, du hast das ja vorgelesen, wie da die Laufbahn ist. Hast du ja viel Zeit eigentlich. Ja, wenn es denn stimmt, ja. Ja. Gibt es bestimmt solche und solche. In der Zeit, nach dem Schöppeln bis zum Mittag, hat er wahrscheinlich eineinhalb Stunden gezeichnet. Oder davor. Der weiß nicht, wann er das gemacht hat. Oder danach. Du, vielleicht hat er das Schöppeln einfach auslassen, dann gewinnt er eineinhalb Stunden am Tag. Aber das Schöppeln fördert auch manchmal die Kreativität. Das stimmt auch wieder. Da kommst du manchmal auf einen Schmarrn. Ja, der hat ja, was er selber gesagt hat, er hat selber gewusst, dass er so furchtbar kreativ ist. Der hat gut gezeichnet, der hat gut geschrieben und gedichtet hat er auch Musik, war er nicht ganz so zufrieden, glaube ich. Er hat nämlich auch Opern geschrieben, die waren jetzt nicht so durchschlagend. Aber der war sehr kreativ. Aber was er gesagt hat, er hat so viele Ideen, aber er tut sich so schwer, mit welchen Ideen er es als erstes anfangen soll und dann die Sachen fertig machen, weil er einfach so viele verschiedene Ideen gehabt hat. Ja, das kenne ich. Kennst du das? Ja, das kenne ich. Das ist Fluch und Segen zugleich. Ja, weil du weißt so viel, du magst so viel und dann fangst du das an mit voller Begeisterung und dann fällt da was anderes ein und dann hast du zwei Projekte und dann vielleicht noch ein drittes und dann verhaspelst du die und dann wird nichts fertig. Ja, so ist. Und frustrierend ist das vielleicht schon. Aber er hat trotzdem so viel fertig geschafft. Vielleicht doch nochmal eine Beamtenlaufbahn. Nein, da sind wir schon, da sind wir jetzt spät dran, ich gehe. Eine Beamtenlaufbahn, das kann nichts mehr werden. Es gibt, ich muss dir sagen, das habe jetzt ich gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber da hat jemand geschrieben, das Wirken von Franz, von Potschi ist noch nicht richtig erforscht. Das ist noch nicht genügend erforscht. Und da denkst du immer als erstes, ja, was heißt denn das erforscht? Und dann habe ich mir so weiter, ist mir klar geworden, du eigentlich weißt sauber zu wenig über den. Du weißt, die Stickel, da ist eigentlich schon noch viel erhalten, was er geschrieben hat und so Zeichnungen, kannst du alle anschauen, wunderschön. Aber das Gesamtleben und Wirken, da sind bestimmt noch Sachen, was heißt denn erforschen? Erforschen, das ist oft so, da sind viele Sachen im Privatbesitz noch, im Familienbesitz und da muss es einen geben, der wo mal versucht, bei den ganzen Leuten nachzufragen, habt ihr noch was, wisst ihr noch was, in die ganzen Archive geht und da mal das zusammen glaubt, was der alles gemacht hat über die ganze Zeit. Ja, in der Bayerischen Staatsbibliothek, da ist schon voll zum Nachschauen. Ja, da ist sein Nachlass, da ist sein Nachlass. Genau, da ist schon einiges. Briefe, Karikaturen, die ganzen. Ja, ist aber einiges auch im Privatbesitz und was du natürlich nicht weißt, ob nicht was im Privatbesitz ist von dem, wo du ja gar keine Ahnung hast. Ja, aber vielleicht kommt da jetzt einer raus und sagt, mei, ich habe was von Potschi daheim. So schön. Der ist das. Ah ja, super. Genau. Kann schon sein. Ja, kann schon sein. Und dann ist aber der Potschi, die U-Bahn-Station, auch so eine Gratler-Station. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und die ist schon ziemlich verranst. Ja, mei, meistens steigst du jetzt schnell aus, weil du entweder auf die Wiesen gehst oder ins KVR. Ja, anstatt, dass du dich verneigst vor dem Namen. Also ich sage dir eins, wenn ich das nächste Mal an der U-Bahn-Potschi-Straße aussteige, dann denke ich an den. Da geht die Sonne auf. Das darf mich wundern, wenn ich da nicht an den Dinger tät. Und zwar unten. Da geht unten schon beim Aussteigen. Potschi. Potschi, da freust du dich schon. Du, das wäre ja auch übrigens einmal was für Minger, gell, wenn eine U-Bahn-Station so wie Potschi heißt, dass man da ein Beutel von Potschi hin tut. Oder vielleicht so ein bisschen Information, warum. Ich meine, die Station ist wahrscheinlich nach der Straße benannt worden. Aber warum, dass das so heißt? Also was er gemacht hat. Ja, aber ich sage mal, rund um einen Bavaria-Ring gibt es ja ein paar so Prominente. Zum Beispiel ein Stieler, die Stieler-Straße. Jetzt kommen wir wieder hin, gell. Jeder kennt die Beutel. Also wenn es um die Kine geht, dann kennt jeder die Beutel vom Stieler. Aber keiner weiß, wer der Stieler ist oder war. Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, dass der Stieler auch einen Potschi einmal gemalt hat. Oder es waren die anderen, die zwei Brüder. Irgendeinen habe ich gelesen, der hat ihn gemalt. Der war bekannt. Aber halbwissen. Genau, da hast du jetzt wieder nicht gescheit recherchiert. Aber mein Gott, wenn wir alles wissen würden, dann wären wir ja Internet, oder? Ja, aber das Internet sagt ja auch nicht immer die Wahrheit. Richtig, richtig. Das merkt man immer wieder. Franz von Potschi. Warum, dass ich das gesagt habe, dass das noch nicht richtig erforscht ist? Weil wir auch noch nicht alles wissen. Also ich habe den gerade erst entdeckt. Wir haben ja erst angeratzt. Angeratzt erst. Jetzt haben wir ein paar Sachen erzählt über ihn. Das ist noch lange zum Ende. Ich weiß auch gar nicht, ob wir das Wichtigste überhaupt erwischt haben von ihm. Aber was wir machen können, sehe ich, weil das mit dem Kasperl, das ist etwas sehr Markantes, das auch die späteren Kasperls, die Puppenkiste, die Augsburger Puppenkiste anscheinend beeinflusst hat. Das ist begründet auf dem. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob es direkt begründet ist, aber zumindest beeinflusst. Ob man so ein Stickerl aus dem Kasperl, wir haben es ja ausgemacht, ob man das jetzt halt einfach mal vortragen. Wir probieren das einfach mal. Das probieren wir jetzt halt mal. Liebe Zuhörer, wir haben da jetzt nicht geübt. Das läuft auch so. Ich habe jetzt ein paar Zettel ausgedruckt. Der Spontanismus. Genau, ich habe ein paar Zettel ausgedruckt und den lest man jetzt einfach. So machen wir das. Ich vermute, dass danach nicht mehr viel kommt. Also, wem es zu viel wird, einen schönen Tag. Ansonsten, dem Rest wünsche ich jetzt viel Genuss. Ja, also so kündigt man richtig Großes an. Ja, er selber hat auch. Der Franz von Potsche, der hat ja das Bauern-ABC zum Beispiel auch noch geschrieben. Ach, das ist gut. Das ist super herzlichen, das auch. Der Bayerische Rundfunk hat das eingesprochen auf der Seite vom BR. Ganz schön. Und da hat er nämlich auch eingangs gleich gesagt, warum er das Bauern-ABC nimmt. Ganz demütig. Ja, also es geht jetzt gar nicht um die Bauern. Aber wenn jemand Zeit hat und so ungefähr nichts Besseres zum tun, dann kann er das ja anhören. Also so ganz demütig. Und so jetzt, hätte ich das auch gesagt, also wenn einer gerade Zeit hat und Lust hat und dann kann das jetzt anhören, was man will. Ja, aber ich muss jetzt da nochmal reingrätschen, weil du gesagt hast, der BR hat das eingesprochen. Das ist natürlich ein Chaos, weil das war nicht der BR, sondern der Christian Jungwirth. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Ich habe jetzt auf den Sprecher nicht geschaut, aber es ist beim BR auf der Webseite drauf. Genau. Der Jungwirth, gut. Herr Jungwirth, Sie wissen Bescheid, gut haben Sie es gemacht, haben schön gesprochen. Absolut. Nein, wirklich hat er schön gemacht. Du, dann legen wir mal los, oder wir zwei? Wir kommen zwar nicht an den Jungwirth ohne, aber wir geben unser Bestes. Liebe Zuhörer, das ist von Franz von Potschi. Kasperl unter den Wilden. Ein Auszug. Ich lese einen Sprecher und ich lese einen Kasperl. Der Sigi, der redet den Professor Gerstlmeier. Und die Wilden, die teilen wir uns auf. Stürmische Musik. Der Vorhang geht auf. Furchtbarer Sturm, Blitz und Donner. Ein Schiff wird auf die Wogen hin und her drin. Schlägt ins Schiff ein. Das Schiff verbrennt und geht runter. Der Kasperl schwimmt auf die Wellen. Steigt ans Ufer, während das Gewitter allmählich aufhört. Ein Krokodil marschiert auf. Papageien fliegen hin und her. Zwei Wilde kommen von verschiedenen Seiten herein. Die Wilden gehen ab. Der Professor Gerstlmeier und der Robinson mit einer Schürze nur mit Palmblättern bedeckt und einem großen Parablü kommen. Nun lebe ich schon ein Jahr auf dieser einsamen Insel unter dem 48. Grade südlicher Breite und widme mich unablässig dem Studium der Naturwissenschaft. Dank dem Zufall, dass mich die wilden Einwohner für ein höheres Wesen ansehen und als solches verehren, sonst hätten sie mich längst gefressen. Allein das ist ja der Vorteil der Männer der Wissenschaft, dass sie stets von einem verklärenden Nebeldunste umhüllt sind und von dem Laien im allgemeinen, im vorliegenden Falle in Spezie von den Menschenfressern als Halbgötter angesehen werden müssen. Noch bin ich mir aber meinen Forschungen nicht zu Ende. Ungeachtet der genauesten mikroskopischen Beobachtungen gelang es mir noch nicht zu entdecken, ob die Exkremente der Sepia annulata aus rein animalischen oder vegetatiblen Atomen bestehen, worüber ich bereits am 800. Bogen einer ausführlichen Abhandlung arbeite. Noch ein paar Monate und der preußische Dampfer Windebötel, der mich hier auf den Staatskosten ausgesetzt, wird mich wieder abholen. Es bleibt mir also nur noch eine kurze Zeit für meine Forschung. Wie dem auch sei, jedenfalls kehre ich, reich an Erfahrungen, mit einer Sammlung von 40.000 naturwissenschaftlichen Objekten nach Europa zurück. Ei, was sehe ich da kommen? Eine Art Papagei, ein Psittaculus formusosus. Die Spezies scheint mir neu. Ich will mich etwas verbergen und beobachten. Schlappadibix, das ist ja eine miserable Landschaft. Kein Wirtshaus weit und breit, keine menschliche Seele, nix als Affen, Papperl und sonstige. Menagerie-Viecher, das ist ja zum Verhungern. Da hätte ich nicht ein paar Schnecken gefunden, leider ohne Sauerkraut. So wäre ich schon hin. Mein Magen kommt mir jetzt schon vor wie ein leerer Tabaksbeutel. Mein Unterleib ist auch schon so eingeschrumpft, dass ich gar nicht mehr weiß, ob ich jemals einen Bauch gehabt habe. Ja, was wäre denn das? Der Kasperl ist doch nicht zum Hungern und Dursten auf der Welt. Ha, Schreckenszeit. Und wie komme ich denn wieder fort nach Haus zu meiner Gretel? Rings um Wasser und nix als Wasser, wenn es nur wenigstens Bier wäre. Allein dieses heimatliche Getränk scheint hier ganz unbekannt zu sein. Mich kommt schier die Verzweiflung an. Au weh, au weh, wenn ich verhungern müsste. Nein, das hielt ich nicht aus. Da ging ich eh jetzt grund. Halt, du entkommst mir nicht. Ja, Emini, was ist denn das? Ein herrliches Exemplar. Lass uns aus oder ich schlag aus. Ach, ich hab mich geirrt. Ptakulus garnulus, nur stillgehalten, Freundchen. Bin ich dir Flügel ein wenig gestutzt, damit du mir nicht mehr entkommst. Was fällt denn in den ein? Flügelstutzen? Ich bin ja kein Vogel. Das muss ich als Gelehrter besser wissen, wer du bist und welche Spezies du angehörst. Nichts Spezies. Ich bedanke mich für den Spezi, der mich stutzen will. Nichts Stutzen und nichts Dutzen heißt bei uns zwei. Verstanden? Nun, du scheinst mir ein zahmes Exemplar, das vielleicht schon europäische Bildung genossen hat und wieder übers Meer herbeigeflogen ist. Bildung habe ich genossen. Aber Bratwürstel und Blauskraut genug. Nur hierzuland heißt es Hungerleiden. Jetzt aber, wie kommen denn Sie doch her in die abgelegene Insel? Ich bin wirklich froh, dass ich eine menschliche Physionomie sehe, obschon Sie wie ein Narr aussehen. Es ist eine Frage, wer der Narr ist. Er ist also wirklich kein Papagei? Wäre nicht übel. Ich bin nur kein Papagei, sondern ein Kaspar Larifari. Pensioniertes Mitglied der europäischen Völkerwanderung und untergegangener Schiffsmatrose außer Dienst, nebenbei Privatier und Stiefelputzer. Also wenn Sie mich als Bediensteten brauchen können oder was, so steh ich zu Diensten. Aber ich seh mehr auf gute Kost als auf schlechte Bezahlung und Arbeit. So, jetzt wissen Sie alles, was Sie wissen brauchen. Und überhaupt, wenn Sie ein ordentlicher Gelehrter sein wollen, so geben Sie mir ein Maß Bier als Drangeld. Gut, gut. Genug des Geplappers, drolliger Psythakos. Ich will dich in meine Dienste nehmen, denn ich werde dich wohl brauchen können in meiner Höhle. Was in der Hölle? Nein, ich danke. Darin mag ich nichts zu tun haben. Da ist der Teufel und seine Großmutter. Es ist nur eine Felsenhöhle, in der ich wohne und meine Sammlung von Naturalien aufbewahre. So, Kapitalien haben sie. Das lasse ich mir gefallen. Bei einem Kapitalisten mag ich schon bedüngter sein. Da fällt bisweilen was ab. So sind wir einig. Ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Ja, ich bin von nun an ihr Kammerdiener oder vielmehr ihr Hühlendiener, weil sie keine Kammer zu besützen scheinen tun. Ich werde alles redlich mit dir teilen, obgleich die Bissen auf dieser Insel oft ziemlich schmal sind. Und ich werde auch alles redlich mit ihnen teilen, besonders weil ich nichts habe, denn sonst hätte ich es selber behalten. Nun kannst du gleich deinen Dienst antreten, bleibe hier und warte, bis ich vor meinen wissenschaftlichen Spaziergang zurückkehre. Dann sollst du etwas meine Beute heimtragen. Wenn sie einen Beutel haben, in welchem sich Geld befindet, so können sie mir lieber gleich jetzt geben. Bleib nur hier. Sollte sich Einwohner dieser Insel nähern, so versteck dich, denn du wärst verloren, im Falle sie dich entdecken würden. Geh es nur zu, ich gebe schon Acht auf mich. Und dann geht es nur ein bisschen weiter. Sigi, du Professor. Ja, Professor. Du, du musst jetzt bloß mal an die Uni gehen, dann hättest du diesen richtigen Professoren-Sprech drauf. Ja, ich habe mir Mühe gegeben. Aha, ja, das merkt man. So ein bisschen den Intellektuellen raushängen lassen. Den intellektuellen Professor. Aber zu blöd zum Lesen. Geht es geht? Ach du, das ist nicht leicht. Der Text ist nicht leicht, weil manchmal Wörter drin sind, die, glaube ich, sind erfunden oder so fremd, dass sie einfach nicht im täglichen Sprachgebrauch sind. Mei, sagen wir, der Sprachfluss ist ja auch ein anderer. Ist ein anderer, ja. Also wir haben es jetzt zum ersten Mal gemacht. Ganz blanko. Ganz blanko. Blanko. Schön. Ganz neu. Aber was du sagst, schreibt er schon schön, oder? Ja, Bilder tun sich auf im Kopf. Bilder tun sich auf im Kopf. Das war jetzt gerade ein Ausschnitt von Kasper bei den Wilden. Und da gibt es ja noch viele andere Geschichten. Zum Beispiel Kasper, wie hat da einer geheißen? Ich glaube, das war Kasper in der Türkei, oder wie das geheißen hat. Da hat er einen Diener. Und der Diener, der heißt Pfeifistopfidi. Pfeifistopfi. Aber damit hat er es, gell? Ja, der hat er es. Bei Krokodili, Krokodili, die zwei Wilden. Ja, und der hat immer so lustige Namen für die ganzen Sachen. Und er will immer, also da merkt man schon, dass der Franz von Potschi in Bayern gelebt hat, weil es immer ums Bier geht. Also der verlangt, der Kasper verlangt immer Bier. Und er will immer ins Wurzhaus gehen. Naja, einen Mann haben wir andere Leute verlangt. Der Kasper mag ein Bier. So ist das. Sigi, ich glaube, dass wir von Franz von Potschi, weiß nicht, ob im Podcast, aber zumindest von dem haben wir nicht das letzte Mal was gehört, gell? Sicher nicht. Sigi, vielen Dank für deine Darbittung, für den Ratsch, für das Gespräch. Und dann bis nächste Woche. Ja, vielen Dank. Für die Manni. Sigi, mach's gut. Liebe Zuhörer, das war's schon wieder von Bayern Absolut, zumindest für der Folge. Da haben wir einen Schatz gefunden mit dem Franz von Potschi, was der alles schöne Sachen geschrieben und gezeichnet hat. Schaut sich das gerne an, gibt ganz tolle Sachen. Und das Schöne ist das, alles ist kostenlos im Internet zu finden. Führt sich das zur Gemüte. Es ist wirklich wert. Ich hoffe, dass euch die Folge gut gefallen hat, dass ihr am nächsten Donnerstag wieder mit dabei seid. In der Zwischenzeit macht's es gut und bleibt grübig. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oder? Vielen Dank.